ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu seven days to die mit mir die kamen wir sind immer noch in der wüste wir nehmen ein paar sachen auseinander in teils solange wie das inventar reicht und ein bisschen sortieren ja hier gibt es noch so viele zu entdecken ich will hier mal das ist ja wie gesagt wüste und wüste hatte ich ja auch noch nicht so oft also und da bliebend müssen wir uns holen ja wie gesagt ist da zwar nie weit vernünftig drinnen aber es ist gut und wer eine schande wenn ich einfach liegen lassen würde denn gut und mir gut und das einfach klassen ausgang gut ein bisschen leben also ich hätte wie gesagt gedacht das ist wie im see hier wäre ich da steht er nach unten jeden tut aber die tierstadt nach unten geht es hier nach oben und bitte weitersworten versucht hat wo um sie herum erzählen kopf gestoßen klubig also die 40 prozent ist schon zusätzlich nicht schlecht ich habe ihm geholfen er schwingt wieder und haben wir hier bau technik weiter warum ja okay ich sehe die nummer nicht wie gesagt die sind hinter mir im mikrofon versteckt fragt nicht es ist so wie es noch weiter nach oben genau mein ding ja okay hier brauche ich auch noch nicht auf alle vier brauchen haben wir denn da das ist schon geil das ding gut klopp das erstmal hier weg und dann höfig hoch gut gut lass mir durch geh weg ich brauche das ich brauche das zum atmen geil ja rezeptemäßig ich gebe mir immer noch mühe aber wie gesagt das kann ich ja auch nie aus den rücken zaubern wird er sich die haxen brechen wird er so dumm sein und das ausprobieren logo und er hat es überlebt blut für alle türen so jetzt hängt natürlich hier fest lass mich raus lass mich raus mach hier gezogen rein rein papierschere schere ach ja nicht jetzt so bei gelobt dürfte die wesen sein schön drei neue sachen in der wüste krass munition das ist ja noch besser das wird ja immer besser so buschi ich komme gleich ich muss bloß mal kurz da hinten hinrennen warum hinten rennen erstmal löfter einer und buschi mag das wenn da leute laufen weil dann kann man nämlich das machen so schnell kurve schön mit dem arsch rumgezogen buschi warte jetzt mal wir sind noch nicht so weit ja ich weiß der dude kommt wo ist denn der hin hat den buschi jetzt alleine gekillt nee der ist da hinten noch schön daneben geschossen er löft slalom also er macht das nicht jetzt zum ersten mal oh alter das liegt hier doch auf dem rücken Junge na gut kein Rackdäuber ich wollte dass er umkippen tut das kann sich ja kein Mensch ankicken Mensch Mensch gut ja aber an der Waffenfabrik wird sich nichts geändert haben ist genau dieselbe in zwei Kisten sonst nischt es ist auch ein Standardgebäude Standard es war auch Standard aber das ist schon will er komm Karbin du musst hier rin ok ich tu dit wie wird das ja so hier ist Campy immer zu sehen wurde abgenommen ich war ein Dittimt achso ich hab ein Level gemacht hey hey ich war noch nicht vorbereitet die Mats hallo ich bin der beste Schütze der Welt so ich war ein Dittimt keine Ahnung eigentlich wollte ich ja gucken punktemäßig äh schon will er 6 Punkte einfach bloß alleine rumspielen und rumballern alter du hast du kannst dich von Punkte ja nicht retten und bauen bauen ist auch äh ne gute Option hat keiner mitgekriegt gut wenn er hört hört er ist ja nichts mehr da ist nischt ja ja Munitionsverschwendung hast du ja davon genug ein Axt hätt's auch getan wie gesagt erstmal alle glücken wegschmeißen kann ich immer noch so mhm 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 da 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 ihr droht doch schon danach so ich höre ein Schmieratmin saudum war cool dass der das überlebt hat so hier dürften eigentlich jetzt keine sein wenn denn sind sie dumm so mhm 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 oh yes verdammt ich bin aufgeflogen na komm wir haben sie drauf sie vor hier ist nischt nichts nada null oh mein gott wie konnte ich das übersehen die heilige nadel der ist integriert also jetzt ist hier jemand gut ist nie besetzt das war aber auch knapp alter das drückt die Hand schöne Wasser sparen hier ist das eh gehaft das ist zu gut um wahr zu sein oder ach so aber erst mal Moment mal wo denn hätte ich da raus sonst vom verkehr du spielst ja nicht mit dude also ich würde doch jetzt so sagen dass hier dass es nicht bloß von dem bewacht wird aber anscheinend doch da habe ich mir komplexer vorgestellt als es ist ich mag ich mag sagen hier sind wir durch oder 1 2 3 risiko und könnte da vielleicht nie sich ja da unterkriechen können die dinge stabiler als die tür das ist ja selten ist da also ich meinte die wand ist stabil als die tür aber sonst ist hier nichts eine quest wäre da jetzt eine tasche unter versteckt ja ja das hatten wir schon ins wie man ihr habt aber nicht in dieser season ich sage ich glaube in der experimente hat gab ich glaube weißt du ich glaube so die bolzen brauche ich nicht ich habe ja noch spürzen technischerweise mit bei sprengen platz ist blödsinn habe ich hier noch irgendwo bücher habe ich nicht knarrt der mensch wird ist der beste best ihr sagt sich hoch könnte es mal ein bisschen keine ahnung also ich habe da letztes mal auch alle drin geschmallert wo ich könnte konnte und da könnte und bringt es eben teilten ja wohl 100 euro ist auch nicht gerade günstig weil im gegensatz zu 300 euro stühle ist der pille palle warum komischerweise ich habe schon mal so ein stuhl gehabt und der war eigentlich ziemlich gut war der aber der muss mir jetzt schon für den rollen nach bestellen also weil die so eine komischen rollen haben und die brechen immer weg ich habe mir kein fünfer paket gekauft sicher sicher ja also der spul spulen der stuhl war eine viel investition 100 euro in sand gesetzt was hat er erhalten zwei monate zwei drei monate leider konnte ich den nicht zurückschicken weil ich nicht diese scheiße äh dings garantie entseucht habe aus versehen das war ja mal richtig dumm von mir und seitdem bin ich hier am reparieren und korrigieren aber hey ballerina kriegt doch in parkour kein problem aber was ich wirklich mal brauche ist keine ahnung also mechanische tastatur schwören sie ja alle drauf aber ich finde wegen der die klacken die richtigen die kosten richtig radan hey 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 hallo ist dunkel er hat mich eingesteckt ich hatte doch honig ja wo ist denn die hände da ist er noch ob ich jetzt geflogen bin lobe ja ach so ich habe jetzt gedacht die tierin und dann zack bumms stress und so wisst ihr ich glaube die tierin jetzt sind immer diese zeugen jehovas sie wollen uns jetzt waren andrehen wollten sie ich muss mal kurz husten ich habe quasi die leute die hier leben gerettet ich bin vorbereitet er ist ja richtig swat hier ich bin drin ich will auch mal ich wies war nie ruhig drin Moment mal bist du tot gib mal bitte die hand wenn du tot bist also ich wies warte das meinte was da drin ist ein büch ein büch und eine pavolette ich wusste irgendwas habe ich zurück gelassen das hat gleich weh getan das hat gleich weh getan äh ja hätte ja sein können ah war doch richtig nur die falsche seite nachgeguckt ich jetzt wooser ich hole den bohrer doch so wo links rechts kann aus wo kommst du denn her ich geh mal will er zurück ach das ist der boden der kaputt geht oh ich hab grad mir geschreckt vorsicht boden bleib mal ganz still junge ich gucke nur ich gucke alles weg okay hast du was dagegen dann heb die hand ich sehe du hebst nicht die hand also scheint das wohl in ordnung zu sein geht das wohl klar ja ja sonst so der ist schon wieder weg wir sind wieder alleine ja sein können wie gesagt die hängen ja keine schilder raus äh nach außen ok vor sie sein hier ist irgendwo eine schlange was schilme hätte ja sein können so hier ist erstmal nischt seid ihr nicht weißt dass hier eine schlange ist alter wo bist du denn bestimmt da oben dann fällt sie runter und uns auf den Kopf und ich gehe dann so ich kenne das doch ok jetzt geht wieder los da kommen sie boah schnick gemacht alter na wer ist schneller nix 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 ich wette auf ihn nix alle bäder haben gewonnen was sauber sauber sah ich bloß was haben wir hier diamanten und silber ich bin reich nix ja nur leider bringt das hier nischt danke apolypse in den haus steckt mehr als ich gedacht habe ist ja alle bisschen loot ist gut also was ich finde seht ihr untertätig fast übersehen diesen wertvollen ist bestimmt eine antiquität kasse antiquitäten die sind so antiquiert so jung ist mir grad in den kopf gekommen was haben wir denn da ah nichts gut sag mal warum reparieren das eigentlich nicht ach ne wende müssen wir jetzt fortmäßig so machen oh hier waren wir schon drinnen es ist jetzt schon zu spät komisch das ist auch ganz ganz komisch du kannst hier eine ganze wand hier wegfräsen aber so eine tür drei schüsse achso jetzt schießt du so oder so durch gut aber generell ist das ein bisschen komisch ich komme doch schon raus also ich versuche es ist ja steig ich komme hier nicht raus ich habe es versucht so was haben wir denn hier mal ein bisschen wie ich jetzt weiß ich aber auch nie wo die schlange ist die schlänge bestimmt hier irgendwo rum da ist er da irgendwo ist er seht ihr da ist er es bewegt sich da da treffe sie nicht ist sie jetzt oder ist sie jetzt ist er sie ist des todes das ja was sagt ich gehe jetzt hier wie gesagt er ist nacht und ich soll auch es wurde gesagt ich soll mal hier mit nachtsicht hier so ein bisschen und wurde gewünscht mehrmals und mache ich jetzt hoch und wir werden jetzt hoch wie gesagt ist eher zu spät nach 24 minuten sich darüber zu beschweren tja da wollte ich hin so wie immer erst eigentlich müssen wir ja von oben nach unten ne oh achso das hatte ich ja schon mal öh der war ein doofer wird lions bruder ich wusste aber dass er da so schnell rauskommt damit habe ich nie gerechnet da ich mal stehen du zappel philipp äh wechsel mal kurz die position ich muss ich muss darauf passen dass seine kinder durchkommt da eigentlich müsste bücher bücher oho gehen platz oho ich könnte ja manchmal mal so jo dass ich mein inventar so gemacht habe dass es nicht durchsichtig ist also bringt mir jetzt richtig viel so eine kacke aber auch alle bücher die ich schon habe 900 das ist ein scherz oder ich habe gerade gekickt 900 das kann doch nicht sein warum heute in die ganze zeit hat er mich beschissen nee das ist was ich in der tasche hatte mensch hey jetzt suchen sie hier haben sie eine erlaubnis dürfen sie das wie ein kaujummi alter wie ein komischer dude was ist denn hier los ja an die dem er bewegt sich noch er nehmt sie muss noch mal zurück geht doch Und weh, da kommt der Sehner raus. Hier sprung er dann rastig aus. Ja, ich hab's hier sehen. Das hat ja kein Problem. So, dann das noch ein bisschen. Wenn das da. Obwohl, das dürfte eigentlich reichen. Von der Heilung her. Könnte. Oh. Das war mein Bierdetektor. Das haben wir auch. Gut, wie gesagt. Ich hätte ja auch da durchgehen können. Ich weiß. Ich fand das in dem Moment cool. Ich weiß nicht, wieso. Das war so. Naja, nö. So, jetzt da oben. Da ist sonst immer in diesem Raum hatte das mit dem Hund gewesen. Ich würde gerade sagen, viral. Aber da ist Wauzi. Da war Wauzi. So. Was los? Oh. Kein Problem. Ich mach das clean. Sag mal, ich hatte doch noch eine Pistole. Ich von hier habt. Aufgerau. Da muss ich mal kurz nachgucken. Äh. Keine Hochweg. Wie gesagt, reparieren. Und ins Vita. Ja, ist so gut. Warte mal kurz. Ich muss ein bisschen hier Inventar. Tetris. Davon hängt viel ab. Ob ich hier weitermachen kann. So. Was kommen wir denn runter, ne? Also, ich versuche es. Ich geh jetzt da runter. Loop. Neh mal, was schnellt. Oh, her. Ist draußen, ne? Ich glaube, das ist draußen. Also, wir können erst mal weiter looten. Die werden sich schummeln, wenn sie was dagegen haben. Mhm. Du schießt ein hässlicher die Sicht weg und kriegst es nächste. Ja. Schaffst du das? Soll ich dir helfen? Mach ich auch, äh, einnützig. Da können wir nämlich nachher abhauen. Es ist so hell. Ach, hier sind sie durch. Oder bin ich hier durch? Bin voll durch. Mhm. Okay, Moment, Mädel. Ich komme gleich. Muss bloß mal hier gucken, weil Loot ist wichtig. Für mich. Gut, die Hose kann ich nicht so... Wo bist du denn? Was machst du denn da oben? Da war ich vor einer halben Stunde, Mädel. Komm mal runter. Oh my God. Wortlich. Aber mit deinem Ohr, wie gesagt, sollte es mal zum Arzt gehen. Das sieht nicht gesund aus. Ich glaube, ich habe einen Dingo gehört. Und ihr wisst, Dingo war sein Name. Was, Sneaky Piggy? Müsst du doch eigentlich angezeichnet werden, wo er ist, ne? Da ist er. Großwildjäger, okay, so groß ist er auch nicht, aber er ist schon ein bisschen nervig. Er muss weg. Er muss weg. Wo ist er da? Er ist so dumm. Ich habe den Grad von schmerzhaften Tod gerettet. Durch einen schnellen Tod. Gut, Leute, ich würde mal sagen, wir machen noch mal eine Folge hier. Das ist gerade für mich so ein bisschen interessant. Ich hoffe aber trotzdem, dass er euch gefallen hat. Und, äh, ja, ne? Wenn ja, denn Däumchen, Träumchen und so. Mach euch keinen Zwang an. Äh, abonniert den Kanal, unterstützen. Weil wir haben ja fast 300. Und, äh, da geht noch was. Also, ich bin dann erstmal raus. Bis dann. Tschüss.